Hi, ich bin Daniel. Ich mache hier bei CSL Behring ein duales Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik. Und was ich da so mache, das zeige ich euch jetzt mal. Im Grunde sind wir die Brücke zwischen dem technischen System und den Anforderungen meiner Kollegen aus der Produktion, der Verwaltung oder auch der Forschung. Wir übersetzen quasi Mensch-IT, IT-Mensch. Während des Semesters bin ich an der Hochschule und habe dort Vorlesungen. Wir sind nur 16 Studenten in unserem Semester. Das heißt, wir arbeiten in vielen kleinen Gruppen. Und dadurch haben wir natürlich auch ein sehr persönliches Verhältnis zu unseren Dozenten und auch untereinander. In den Semesterferien bin ich hier im Unternehmen. Während der Praxisphase betreue ich immer eigene Projekte. Letztes Mal habe ich beispielsweise mit einem amerikanischen Kollegen unser Requirements Management System weiterentwickelt. Manche meiner Kommilitonen haben auch schon mal eine Praxisphase im Ausland verbracht. Das könnte ich mir für mich auch gut vorstellen. Ich bin mir bewusst, dass mir mit jedem Projekt auch große Verantwortung übertragen wird. Denn unsere Projekte sind keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, sondern werden wirklich gebraucht. Aber das ist genau das, was mir an meinem Job gefällt und was das duale Studium hier ausmacht. Neben den technischen Kenntnissen habe ich mich während meiner Zeit bei CSL natürlich auch persönlich weiterentwickelt. Wir sind ja ein globales Unternehmen und arbeiten daher oft mit anderen Nationalitäten zusammen. Das heißt andere Sprachen, andere Arbeitsweisen und andere Kulturen. Das hat mir schon viel Selbstbewusstsein gegeben und macht einfach offen für Neues. Und so ist auch die ganze Atmosphäre hier unter den Kollegen. Habe ich dich überzeugt? Dann schau doch mal auf unserer Homepage vorbei.